Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video meinerseits. Heute sprechen wir über die Leistung einer Wärmequelle. Dazu werden wir auch ein Arbeitsblatt ausfüllen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Die Überschrift lautet Überraschung, Überraschung. Die Leistung einer Wärmequelle. Zuallererst will ich mal den Versuch beschreiben. Wir werden jetzt Wasser mit verschiedenen Wärmequellen erhitzen. Dabei werden wir die Temperaturänderung, Delta Theta, in Abhängigkeit von der Betriebszeit T messen. Und wenn wir das haben, können wir mit Hilfe von dem Erwärmungsgesetz unsere abgegebene thermische Energie, VTH, berechnen. Nur zur Erinnerung, das Erwärmungsgesetz lautet, VTH ist 10 mal M mal Delta Theta. Da wir Wasser benutzen, kennen wir auch die spezifische Wärmekapazität vom Wasser. Die ist 4,18 Kilojoule Kilogramm und Grad Celsius. Hier habt ihr den Versuchsaufbau mal. Ich benutze einmal als Wärmequelle einen Bunsenbrenner, einmal einen Tauchsieder. Es befinden sich jeweils die gleichen Wassermengen darin, jeweils 0,300 Kilogramm. Und ich werde jetzt erhitzen und dabei die Zeit messen. Ich werde dabei eben Wasser erhitzen mit jeweils 300 Gramm, einmal mit einem Tauchsieder, einmal mit einem Bunsenbrenner. Dabei werde ich die Zeit immer alle 30 Sekunden nehmen und da die Temperatur messen. Schauen wir uns den Versuch mal an. Hier starte ich jetzt den Versuch und wir warten jetzt kurz eine Minute. Ich mache das mal ein bisschen schneller. So und jetzt geht es los. Die Tabelle blende ich ein. Bitte gleich mitschreiben. Die Tabelle blende ich ein. In dem Versuch hatte ich ja jetzt die Temperatur bereits eingeblendet. Hier könnt ihr sie nochmal ausfüllen auf dem Arbeitsblatt. Beschäftigen wir uns erstmal mit dem Bunsenbrenner. Wir brauchen ja nicht die Temperatur in Grad Celsius, sondern die Temperaturänderung in Grad Celsius. Das heißt, wir müssen von jeder Temperatur hier die Anfangstemperatur von 31,8 Grad Celsius abziehen. Das bedeutet, am Anfang ziehen wir 31,8 Grad Celsius ab. Dann bleibt noch Null übrig. Dann ziehe ich hier wieder 31,8 Grad ab. Dann haben wir noch 3,6 Grad Celsius. Und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich mit Hilfe von dem Erwärmungsgesetz die zugeführte thermische Energie berechnen. Der Erwärmungsgesetz nochmal ist 10 mal m mal Delta Theta. Für das C setze ich die 4,18 Kilo per Kilogramm Grad Celsius ein. Die Maße sind die 0,3 Kilogramm. Und beim ersten in dem Fall haben wir eine Temperaturänderung von 0 Kilogramm. Wenn man es ausrechnet, haben wir hier am Anfang 0 Kilojoule zugeführt. Im zweiten Fall das Gleiche. Nur, dass wir diesen Mal eine Temperaturänderung von 3,6 Kilogramm einsetzen. Und das sind dann 4,5 Kilojoule. Und das machen wir jetzt für alle Werte. Uns interessiert es ein Zusammenhang zwischen der Zeit und der thermischen Energie. Wir betrachten das Ganze wieder. Beide steigen. Es könnte eine direkte Proportionalität verliegen. Wir weisen das nach, indem man WTH durch T rechnet. 0 durch 0 geht nicht. Jetzt müssen wir 4,5 durch 30, 8,3 durch 60 und so weiter und so fort berechnen. Und kommen auf folgende Werte. Man sieht schon, es kommt immer ungefähr dasselbe raus. Es handelt sich also an meine direkte Proportionalität. Das werden wir später festhalten. Dieses Mal will ich den Mittelwert dieses Wertes mal ausrechnen, damit wir einen Durchschnitt haben. Ich zähle also die ganzen Werte zusammen. Und teile es durch die Anzahl. Und komme auf meinen Mittelwert. Dargestellt wird der Mittelwert durch so einen Strich drüber. Das gleiche können wir jetzt für unseren Tauchsiedern noch durchführen. Wir rechnen wieder Delta Z aus. Nur diesmal müssen wir halt immer 29,6 Grad abziehen. Kommen auf diese Werte. Kann man mit dem Erwärmungsgesetz dann wieder WTH ausrechnen in Kilojoule. Und schaut wieder nach einer direkten Proportionalität aus, wenn ich mir die Zeile ansehe. Und stelle fest, ja, scheine wieder direkt Proportionalität zu sein. Wie gesagt, das halten wir gleich fest. Im Moment rechnen wir mal kurz den Mittelwert aus. WTH durch T. Alle Werte zusammenzählen, auch die Anzahl teilen. Der erste Wert zählt nicht. Kommen wir auf 0,42 Kilojoule pro Sekunde. Halten wir mal kurz fest. Bei beiden Versuchen hat er geholfen, WTH durch T ist konstant. Das heißt, WTH ist direkt Proportionalität zu T. Und diesen Quotienten nennt man jetzt Leistung einer Wärmequelle. Also der Quotient aus WTH durch T. Leistung hat den Buchstaben P. Also ist die Formel P ist WTH durch T. Die kennt ihr wahrscheinlich schon aus der Mechanik. P ist W durch T. Leistung ist Arbeit pro Zeit. Ist dasselbe. Kurz zur Einheit. Die Einheit ist Joule pro Sekunde. Und das nennt man eben Watt. Das Ganze nennt man nochmal, das ist die Leistung einer Wärmequelle. Und die Leistung einer Wärmequelle ergibt an, wie viel thermische Energie pro Sekunde von einer Wärmequelle an einem Körper abgegeben wird. Grundsätzlich. Jetzt kann man eben sagen, dass unser Tauchsieder hat eine Leistung von 0,15 Watt. Unser Bunsenbrenner von 0,42 Watt. Das heißt, unser Bunsenbrenner hat eine sehr viel größere Leistung. Gibt also mehr Energie an dem Körper ab. Wenn man so den Tauchsieder mal ansieht, dann kann man drauf schauen, dass der Tauchsieder eine elektrische Leistung von ungefähr 500 Watt hatte. Steht auf dem Tauchsieder drauf. In unserem Versuch werden davon aber nur 420 Watt genutzt. Wo sind die anderen 80 Watt hingegangen? Die sind zum Beispiel zur Erwärmung des Glases draufgegangen, indem er sich das Wasser befunden hat. Oder auch zur Erwärmung der umgebenden Luft. Und damit kann man sich jetzt im Wirkungsgrad ausrechnen. Und der Wirkungsgrad ist immer P Nutz durch P auf. P Nutz ist das, was zur Erwärmung des Wassers gebraucht wurde. P auf ist, dass es reingesteckt wurde. Zur Erwärmung des Wassers wurden 420 Watt benutzt. Insgesamt gab es eine Leistung von 500 Watt. Das heißt, der Wirkungsgrad ist 0,48 oder anders ausgedrückt 84%. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Du hast noch nicht weggeklickt? Das kann nur eins bedeuten. Dir gefallen unsere Videos? Wenn dir unsere Videos gefallen, dann klick doch mal hier. Da gibt es noch weitere Videos. Oder du abonnierst gleich unseren Kanal. Wir würden uns total freuen.